Muuu! Hallo! Guck mal das hier! Guten Tag Leute! Und zwar bin ich gerade nicht auf dem Schottplatz, ne ne das ist da, hier bei uns in der Nähe, hier beim Haus. Und zwar, ich werde euch heute unseren neuen Zuwachs zeigen, unsere kleinen Baby-Katzelchen. Und ja, die sind hier hinten drinnen. Insofern sie dich hier sehen, ja hallo! Ja, die sind da drinnen und ich werde euch die jetzt einfach mal zeigen. Ich werde ein paar rausheben und so weiter und so fort. Ihr hört die jetzt wahrscheinlich schon, mich seht ihr nicht mehr, aber ja. So Leute, ich packe jetzt hier mal meine kleine Katze raus, ich habe nämlich auch eine. Und ja, ihr helft mir dann bitte in den Kommentaren, wie ich die Katze nennen soll, ich habe keine Ahnung. Die Begegnung von Schwester zu Schwester. Okay, du hast ja sehr viel Interesse an deiner Schwester. Hallo, die Kleine ist deine Schwester. Hallo! Magst du sie nicht mal irgendwie begrüßen oder so? Oh, guck mal her. Oh man, Leute, ich liebe sie. Guck, guck, guck ihn dir an. Hier, Moment. Guck mal, das hier ist meine kleine Katze. Und ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie ich sie nennen soll. Ist, glaube ich, ein Weibchen. Und ja, deswegen, Namensvorschläge sind immer sehr, 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 sehr schön in den Kommentaren. Aber bitte nicht irgend so was wie Hans, Franz und so weiter. Also wenn, dann schon ordentliche Namen. Vielleicht haben die auch eine Bedeutung oder so. Muss nicht unbedingt deutsch sein, zum Beispiel. Keine Ahnung, Minou ist ja auch kein deutscher Name. Ich habe die jetzt, ehrlich gesagt, seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen und ihr seid wirklich mega krass gewachsen. Du bist so süß. Und jetzt können die schon gehen. Moment. Hier, ich zeige euch das mal. Schau mal, wie es geht. Ja, komm. Ja, Martin, ja. Komm, sie gleich hier rein. Geh zu deinen Geschwistern. Hier, da hast du. Bist du bei deinen Geschwistern und bist ganz sicher. Also wie ihr sehen könnt, wir haben hier zwei rot-weiße. Dann haben wir drei schwarze und ein schwarz-weiß getigertes. Das ist eben meins. Die sind hier. Und ja, das ist der neue Zugang quasi. Ihr könnt euch bestimmt noch erinnern, als hier meine kleine Minou geboren wurde. Die lebt noch immer. Ja, die wurde noch nicht überfahren. Und hier der Leo. Hallo. Ah, also wie gesagt, Leute, das ist so mal wieder ein Update. Gab ja schon lange keinen Vlog mehr. Und ja. Oh, Trimper. Komm. Komm, komm. Oh, und da sind wir auch schon wieder in meinem Zimmer. Äh, was kann ich denn noch erzählen? Ich war heute bei der Fahrschule. Ähm, ich hab heute wieder ein bisschen trainiert, Auto zu fahren. Ähm, das war jetzt meine letzte Fahrstunde heute. Ne, meine vorletzte. Denn morgen habe ich um 16.10 Uhr. Ich weiß nicht genau, wann der Vlog online kommt. Der kann heute auch noch online kommen. Also am Dienstag. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ähm, solltet ihr am Mittwoch online kommen, dann habe ich quasi heute von euch aus gesehen die Fahrstunde. Und ich, äh, solltet ihr auf Vlog heute online kommen, dann habt ihr es so gesehen, wie ich wirklich morgen habe die Fahrstunde. Und ja, ähm, also ich muss sagen, die Fahrschule ist wirklich mega. Ich werde von denen nicht bezahlt oder irgendwie sowas. Und zwar ist das die Fahrschule C, Brian Oberndorf. Ähm, die ist super. Und ich werde nicht bezahlt oder sonst irgendwas, sondern ich möchte einfach nur mal meine Rezession äußern, wie ich so diese Fahrschule empfinde. Finde ich wirklich mega, mega toll. Und ja, wenn ihr da irgendwo in der Nähe wohnt, könnt ihr euch das ja gerne mal anschauen hier. Und ja, ich bin hier natürlich normalerweise immer so ein bisschen auf meinem Bett. Ähm, heute bin ich leider wieder eingepennt, obwohl ich nur einen normalen Schlafrhythmus wollte. Aber gut, Problems auf Thomas. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumelein nach oben dafür mehr Vlogs. Macht's gut, haut rein und ciao! Ohhh! Oh! Ja, 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 ja...